Der muss halt erst mal seine Tour abgeschlossen haben und wenn da irgendwo was klemmt, entweder auf Vulcanus oder auf Vulgora oder auch auf Nauvis, logischerweise kommt die Forschung nicht zum Kleber. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Faktorio im Space Age DLC, meine lieben Freunde, machen wir jetzt endlich Progress auf Kleber. Wir haben die Forschung zum Laufen gebracht auf Kleber und zwar alle Farben, das sieht jetzt da oben zwar noch nicht danach aus, ich erkläre auch gleich warum das so ist. Auf jeden Fall läuft das jetzt, wir haben schon einige Technologien auch erforschen können und zwar haben wir die Kohlenstofffasern schon erforschen können, unter anderem die Beißereier glaube ich haben wir schon erforscht. Also dieses, ja, so viele Spezialsachen halt, genau. Und wir sind gerade dabei die Raketengeschütztürme zu erforschen, da bin ich auch mal gespannt, weil ich glaube die sind neu, bin ich ganz sicher, ich glaube die sind neu. Ich glaube die kenne ich noch nicht, also ich kenne die jedenfalls noch nicht, könnt mir auch schreiben, wenn das nicht neu ist, keine Ahnung, ich meine die sind neu. Wenn ihr das hier feiert, dass wir Progress machen auf Kleber, endlich mal, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die mal am Anfang des Videos rechts um die Ecke verlinkt ist oder am Ende, ihr könnt gerne den Kanal abonnieren und die BR-Nachrichtigungen aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst, genau. Ja, ich habe aber mal die Verteidigung hier ein bisschen ausgebaut, denn es sind doch ab und zu mal ein paar Viecher jetzt schon wieder vorbeigekommen. Ich habe Lasertürme noch dazu gestellt hier unten, ja, ich habe auch dafür gesorgt, dass hier drüben auch noch mal ein bisschen mehr Mauer am Start ist, bisschen mehr Laserturm am Start ist, dass hier halt einfach ein bisschen mehr am Start ist für die Verteidigung. Ich glaube, ich habe auch noch einen zusätzlichen Tesla-Turm noch aufgestellt irgendwo, genau, damit das alles schön geschützt ist, damit unsere Farmen nicht zerstört werden, weil ohne diese Farmen logischerweise kommt kein Nährstoff mehr rein, da kommen auch keine Früchte mehr rein, da kommt auch keine Forschung mehr rein, da kommt gar nichts mehr rein, genau. Da müssen wir immer schön aufpassen, dass Stadt läuft, genau. Und dann habe ich auch noch dafür gesorgt, dass an den anderen Locations, das ist nämlich auch so ein bisschen das Problem, alles durchläuft für die Forschung. Also das klingt jetzt vielleicht erst mal easy, weil eigentlich würde man ja sagen, das haben wir ja eigentlich alles schon erledigt, aber nee, tatsächlich gibt es hin und wieder immer noch so kleinere Problemchen, zum Beispiel, dass auf Fulgora der Schrott halt einfach vollläuft an der einen oder anderen Stelle. Wir haben hier zum Beispiel wieder das Problem, dass die Leichtbauteile vollgelaufen sind, weil hier einfach das wieder vollgelaufen ist, weil einfach wieder zu viel kommt, weil einfach auch zu wenig verarbeitet wird auf Fulgora. Ist momentan da so ein bisschen das Problem. Aktuell geht das noch, wir haben genug Forschung eingelagert, also ein Stack, eine volle Transportladung kann da noch reingeliefert werden, aber wir sollten uns jetzt mal nach Fulgora begeben, um das Problem zu lösen mit der Verstopfung. Das machen wir jetzt gleich mal, damit wir da immer schön durchlaufende Forschung haben. Unsere Transporter müssten sich eigentlich jetzt auch auf den Weg befinden. Nowis ist gerade das Ziel, da müssen jetzt 480 Sekunden noch vergehen, genau. Aber der müsste jetzt die Vulkanus-Forschung eigentlich auch ausgeladen haben, genau hat er auch schon gemacht. Jetzt fehlt halt die Lilla-Forschung momentan, damit der Transporter 2002 dann wieder nach Kleber fliegen kann. Das hält gerade hier so ein bisschen die Schose auf. Das ist leider so ein bisschen das Problem gerade, weil der jetzt gerade noch auf die Forschung von Fulgora wartet. Das ist ja immer so ein Ding, der eine Transporter fliegt ja immer zwischen Vulkanus, Nowis und Fulgora hin und her und liefert dann immer die Forschung jeweils ab. Er transportiert immer die eine zum Nowis, dann wieder die andere zum Nowis und so. Und der muss halt erst mal seine Tour abgeschlossen haben und wenn da irgendwo was klemmt, entweder auf Vulkanus oder auf Fulgora oder auch auf Nowis, dann logischerweise kommt die Forschung nicht zum Kleber. Was blöd ist, weil in der Zeit, wo die Forschung nicht zum Kleber kommt, vergammelt natürlich die Forschung auf Kleber, weil die ist ja nicht dauerhaft haltbar. Die braucht allerdings, habe ich festgestellt, eine Stunde zum Vergammeln. Also die hält wohl eine Stunde und das heißt, je schneller wir jetzt da reagieren, wenn irgendwas klemmt, desto besser ist es, weil desto mehr Forschung erhalten wir uns halt wieder. So, das heißt, ich muss jetzt erst mal mein Zeug ablegen, denn ich kann ja nur nackig hochfliegen, also das heißt nackig, aber ohne Material in der Hose. Raumplattform und dann fliegen wir zum Spielbär Felken. Und wir haben jetzt auch ein neues Material freigeschaltet. Und zwar haben wir freigeschaltet das Material Kohlenstofffasern und das brauchen wir dann zum Beispiel auch für die Raketengeschützer, um die bauen zu können. Da brauchen wir Kohlenstoff und Yumako-Brei, also alles, was wir im Grunde hier vor Ort haben. Wir können Kohlenstoff mit einem neuen Verarbeitungsrezept übrigens jetzt auch auf Kleber direkt aus Pflanzenmasse herstellen. Das heißt, wir müssen den Kohlenstoff nicht unbedingt für Kleber jetzt aus dem Weltraum runterliefern. Könnten wir auch machen, aber müssen wir nicht unbedingt, genau. Wir können den auch vor Ort herstellen, könnte vielleicht auch stabiler sein unterm Strich, müssen wir mal gucken, wie wir das genau machen, genau. So, da würde ich sagen, auf, auf und davon, wir fliegen direkt, können wir eigentlich vom Kleber direkt zum, äh, ne können wir nicht. Wir müssen erst nach Nauvis und dann nach Fulgora, alles klar. Dann machen wir erstmal einen kleinen Zwischenstopp. Das ist nämlich auch gut, dass wir dann jetzt losfliegen direkt. Nauvis, genau, erstmal zum Nauvis, dann mal kurz da Zwischenstoppen, Munition regenerieren lassen und dann direkt weiter zum Fulgora. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Wir müssen die Verstopfung lösen, damit das hier nämlich weitergeht, meine lieben Freunde. Wie sieht's denn auf der Transporter 2001 aus gerade? Da müsste jetzt der Timer eigentlich demnächst ablaufen. Ja, der braucht noch, äh, vier Minuten, zwei Minuten. Moment, das sind ja, 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 zwei, ne, vier Minuten braucht er glaube ich noch. Ist egal, wir werden's sehen. Müsste eigentlich gleich demnächst vorbei sein, der Timer. Ja, ich glaube ich kann die Timer jetzt auch ein bisschen kürzer wieder einstellen. Da, äh, kann ich glaube ich ein bisschen weniger Zeit vergehen lassen. Könnte auch funktionieren mit weniger Zeit, weil ich glaube, äh, 480 Sekunden ist glaube ich ein bisschen lang als Wartezeit. Zur Regenerierung von der Munition und so. So lange muss der da glaube ich nicht warten. Insbesondere, wenn der sich ja auch noch an einem Planeten mit Munition versorgt noch. Er hat ja die Aufgabe, auf, ähm, Pulgora sich mit Munition vollzuladen, wenn er weniger als 200 Schuss hat. Genau. Dann lädt er sich ja voll. Deswegen brauchen wir glaube ich jetzt nicht mehr so eine lange Wartezeit hier einstellen. Dann machen wir mal nur noch 240. Hier machen wir auch mal. Dann kann er auch gleich losfliegen eigentlich. 240. Ne, jetzt hab ich 340 gemacht. Moment. 240 Spielwehr. Musst auch die richtige Zahl nehmen. Genau, der fährt da los. Hier machen wir auch mal 240. Weil jetzt ist es eher wichtig, dass die Forschung schnell von A nach B transportiert wird. Und dass er da nicht ewig um 3 Tage wartet. Wir könnten auch zur Not auf Nauvis auch nochmal eine Munition, äh, einen Ausgleich nochmal einstellen vielleicht. Falls das jetzt nicht reichen sollte. Falls man jetzt merken sollte, ups, da kommt jetzt doch nicht genug Munition. Wenn wir das jetzt so machen. Müssen wir auch mal gucken, genau. Da machen wir mal nur 240 Sekunden Wartezeit. Und dann passt das. Und er ist auf dem Weg. Sehr schön. Der kommt wahrscheinlich, äh, überhaupt früher an als wir, glaube ich. Weil wir sind ja gerade auf dem Weg nach Nauvis. Genau, wir sind jetzt bei Nauvis und wir fliegen jetzt auch mal zum Fulgora. Genau. So, und dann nehmen wir das hier raus. Sehr schön. Ja, der kommt früher an als wir. Aber das ist ja okay. Da sind ja noch Forschungsbehälter, also Forschungsfläschchen sind ja da noch eingelagert. Da haben wir ja noch die Möglichkeit, das abzugreifen. Äh, passt ja. Hoffentlich reicht die Muni jetzt hier noch aus. Ich habe jetzt nicht allzu lange hier gewartet. Müssen wir mal gucken. Kommt ja gleich wieder neue Munition rein. Wird die eigentlich schnell genug da rausgehebelt aus der Fabrik? Ja, die wird schnell genug rausgehebelt. Alles gut. Ja, da kommen schon wieder die Brocken, die ersten. Wie sieht es mit dem Treibstoff aus? Treibstoff müsste... Ja, könnte gerade so reichen. Müsst du auch mal gucken. Gerade so. Ist ja ganz schön krass. Man muss halt ganz schön gucken, dass man beim Raumflug dann sich nicht doch überfordert oder überschätzt. Und dann am Ende reicht der Treibstoff nicht. Ich werde auch, glaube ich, nochmal eine neue Reiseplattform nochmal bauen. Weil wir müssen, glaube ich, wenn wir in die äußeren Bereiche des Sonnensystems fliegen dann... Das ist ja dann auch demnächst soweit. Wenn wir dann den Eisplaneten überwunden haben, kommen wir ja dann auch zu den äußeren Bereichen. Zu den Randgebieten. Und da müssen wir dann echt aufpassen. Da kommen dann, glaube ich, auch die ganz großen Asteroiden. Und da braucht man dann nochmal eine optimiertere Plattform auf Reisen im Weltraum und Abwehr von Asteroiden und so. Könnte schlau sein. Könnte schlau sein, da nochmal ein bisschen mehr Gas hier. Wahrscheinlich braucht man da auch Raketentürme zur Abwehr von Asteroiden. Ist nur so eine Vermutung. Aber ich glaube, dass man mit Projektilwaffen da kommt man, glaube ich, also mit so kleinen Projektilen, kommt man, glaube ich, da nicht mehr sehr weit. Der eine Turm da links hat schon kein Dings mehr. Jetzt hat er wieder was. Muss man ein bisschen aufpassen jetzt. Könnte jetzt ein bisschen eng werden hier. Und auch die Rohstoffverarbeitung müssen wir nochmal optimieren. Weil wir haben jetzt auch ein neues Rezept bekommen für Rohstoffverarbeitung nochmal. Also nochmal ein drittes jetzt. Wo wir noch effizienter die Rohstoffe verarbeiten können. Wo wir gleichzeitig auch noch sowas wie Calcit von den Asteroiden bekommen. Also das ist auf jeden Fall auch eine feine Sache. So, wir sind bei Fulgora angekommen. Dann würde ich sagen, auf Planet landen Fulgora. Landen wir mal direkt und fliegen runter und lösen mal die Verstopfung, meine lieben Freunde. Das ist ganz wichtig, dass wir die Verstopfung möglichst schnell auflösen an der Stelle. Verstopfung ist hier an der Stelle. Okay, also wir müssen dafür sorgen, dass das hier eigentlich schneller abfließt. Was genau ist denn von den Komponenten hier eigentlich verstopft? Der Kunststoff, wa? Ne, Moment, es ist nicht der Kunststoff. Es ist... Hier ist irgendwas nicht. Es ist der Stahl, der ist verstopft, oder? Ja, ja, der Stahl ist verstopft. Der kommt nicht. Der wird nicht hier noch abgeführt. Hier ist es verstopft. Der Stahl wird nicht mehr geschreddert. Okay, warte, warte, warte. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ich brauche einen Schredder. Ich muss erst mal mein Zeug holen. Auf Fulgora liegt das leider immer sehr weit weg. Das habe ich hier unten in die Kiste gepackt. Erst mal das Zeug rausholen, was ich brauche. Ah, guck mal, die Forschung wird schon abgeholt, glaube ich. Ich glaube, das war gerade eine Rakete, die Forschung transportiert. Nice, nice. Da haben wir Schredder in der Hose. Ja, einen Schredder habe ich. Den müssen wir dann gleich mal platzieren. Den müssen wir gleich mal hier oben hinstellen, da wo die Stahlträger geschreddert werden. Und ich wurde noch mal darauf hingewiesen, dass Stahlträger nicht zu Stahlplatten... Warum geht das jetzt hier nicht? Dass die nicht geschreddert werden. Das ist mir klar, aber ich muss hier halt trotzdem loswerden. Achso, da ist was im Weg. Mensch, das war wieder eine Ruine, die man nicht erkennt als Ruine. Unglaublich. Genau, so, dann mach das mal und hau mal das rein. Warum habe ich keine Arme? Keine Arme, keine Kekse, was soll das? Hier, mach mal schnell Arme dahin und mach mal schnell das da rein. Genau, guck mal, jetzt müsste das nämlich dann auch nachrutschen eigentlich. Es kommt so viel Stahl rein, dass wir das gar nicht mit den Schreddern gar nicht komplett hinkriegen. Das ist auch krass. Dann merkt, nehm mal hier ein bisschen was runter, weil dann können die nämlich sich auch mal beteiligen eigentlich. Das ist mal ja nicht so verkehrt. Achso, hier drüben kommen auch nochmal Stahl, deswegen... Ja, da weiß ich gar nicht. Warte mal, ich glaube, ich weiß, was wir hier noch machen müssen. Warte mal, wir brauchen hier noch eine Überschusslösung noch in Form eines Teilers auf jeden Fall. Das ist hier nämlich noch nicht der Fall. Und dann muss das hier nämlich priorisiert werden. Dann müssen wir nämlich sagen, bevorzugter Eingang ist links, genau. Damit das, was von den Schreddern zurückkommt, erstmal geschreddert wird. Und dann erst das, was von hier hinten kommt. Das ist ganz wichtig. Ich nehme mal das hier nochmal alles runter, genau. Dass das nochmal ein bisschen mehr nachrutschen kann. Ja, jetzt macht das trotzdem hier rein. Von hier anscheinend. Das soll er eigentlich nicht. Er soll eigentlich den Eingang bevorzugen. Okay, keine Ahnung, warum er das jetzt wieder nicht macht. Stahl ins All schicken. Ja, könnte man auch. Müsste man halt überlegen, wo er halt am dringendsten gebraucht wird. Im Zweifel wird er wahrscheinlich auf Nauvis gebraucht. Ich meine, was wir eigentlich mal auch hochschicken wollten, war ja das Zeug hier. Ich meine, das könnten wir ja mit anfragen. Wenn wir jetzt die Forschung hin und her schieben, dass wir das dann auch noch mit auf Nauvis entladen. Die Fässer mit dem Gas. Das wollten wir machen, stimmt. Da erinnere ich mich dran. Und der Transporter hat ja auch noch Platz. Moment, da müssen wir mal kurz gucken. Der Transporter 2001 ist das, ja. Der ist gerade bei Fulgora und der hat gerade seinen Timer am Lauf. Okay, der Timer ist gleich abgelaufen. Ist egal, der muss erstmal die Forschung rüberfliegen. Das ist eh wichtiger erstmal. Lassen wir den erstmal losfliegen. Dann ändere ich nochmal die Wartebedingungen, wenn er losgeflogen ist. Und dann sagen wir, frag mal bitte Gas an. Jetzt müsst ihr gleich losfliegen. Jetzt fliegt er los, sehr schön, genau. So, dann lassen wir ihm mal nochmal eine Wartebedingungen, dass wir da Frachtgegenstände einstellen. So, dann müssen wir jetzt sagen, Flüssiggas im Fass, genau. So, dann ist jetzt die Frage, wie viel? Also ich würde sagen, 10. So, jetzt ist die Frage, was ist 10 Stecks? Stapelgröße ist 10. So, das wären dann 10 Stecks. Das wären dann 100 Gas. Menge ist gleich 200. Weil das wären dann 20 Stecks. Konstante festlegen, genau. So, dann fragen wir hier, dann nehme ich an. Verpacktes Gas, genau. 200 wäre das. Und da müssen wir einstellen, importieren von Fulgora, genau. Zack. So, der müsste halt eigentlich machen. Dann müssen wir natürlich einstellen, dass er das auch entladen soll bei Nowviz. Jetzt sind wir gerade bei Nowviz. Da müsste gerade die Forschung entladen werden eigentlich. 240 Sekunden müssen vergehen, genau. Ne, Moment, der ist noch nicht bei Nowviz. Hat der genug Treibstoff? Der ist gerade so langsam irgendwie gefühlt. Es kann sein, dass der noch nicht seinen Treibstoff regeneriert hat. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil ich jetzt ja die Zeit, die Wartezeit runtergedreht habe. Kann es sein, dass das sonst ein bisschen zu langsam ist. Ähm, egal. Ich mache mal hier eine Wartebedingung. Frachtgegenstände. So, da sagen wir das Zeug hier, genau. Und sagen, äh, ist gleich 0. Als Bedingung. Und dann müssen wir auf Nowviz, müssen wir dann eine Anfrage machen. Das können wir von hier machen, tatsächlich. Da müssen wir dann in der Landeplattform hier anfragen, dass er doch bitte, äh, 200 Einheiten von dem Gas anfragen soll. Und das könnten wir dann verteilen und könnten das dann entladen. Dann müssten wir halt nur noch die leeren Behälter wieder hochschicken, weil sonst kriegen wir hier immer mehr an leere Behälter. Und, ja gut, die müsste man dann hier entweder schreddern. Dann würde man aber das Eisen, also den Stahl würde man dann vernichten. Das wäre irgendwie dämlich. Wir müssten die leeren Behälter halt wieder hochschicken dann irgendwie. Okay, ähm, das wäre auf jeden Fall noch so eine Sache. Das heißt, äh, der müsste dann, das machen wir dann im zweiten Schwung. Vielleicht, wir lassen den erstmal den einen Schwung entladen. Das passt ja. Das kann ja erstmal hier bleiben. Ich muss mich ja eh erstmal noch um die ganze Logistik dann kümmern, dass das auch verarbeitet wird, das Zeug. Und auch, also halt entleert wird, dann in Systeme eingespeist wird und so. Aber so hätten wir halt immer Gas von, von Fulgora. Und auf Fulgora ist das Zeug, warum machen wir das überhaupt? Vielleicht nochmal kurz die Erklärung. Auf Fulgora ist das Zeug halt insofern unendlich, weil es ist halt, in diesem Ozean ist halt unendlich Öl. Und da kann man im Grunde eigentlich unendlich von dem Gas daraus herstellen. Das ist eigentlich ein, ein Perpetuum mobile. Man muss es halt nur abtransportiert kriegen. Das ist halt das Problem. Und da müssen wir ein bisschen schauen, dass wir das hinbekommen. 100 ist eine Rakete. Ah, okay. Das ist eine Rakete. Also es sind 202 Raketenstarts quasi. Ja, ist doch gut. Das passt doch. Kann man doch machen. Jetzt müssen wir nur schauen, dass der Transporter 2001 es auch schafft. Ah, der hat keinen Strom. Okay. Dass er das auch zurück schafft. Ah, der Oxidizer ist das Problem. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dabei habe ich hier schon Produktivitätsmodule drin. Ist auch interessant. Warte mal, was hat denn das hier für Ratenherstellungstempo? 1,1 plus 10 Prozent. Der müsste eigentlich gleich schnell sein. Aber irgendwie verbraucht es sich. Kann es sein, dass es sich unsymmetrisch verbraucht? Ne, es verbraucht sich eigentlich symmetrisch. Warum ist dann hier weniger drin? Es verbraucht sich eigentlich exakt gleich. In beiden Triebwerken auch. Dann lassen wir ihn da mal kurz parken. Und das Zeug aussahen. Da müsste sich der Transporter hier, der müsste sich dann eigentlich von Nowis in Bewegung setzen. Sobald er dann die Forschung, die Lilla-Forschung, die Barbie-Forschung quasi bekommen hat von Fulgora. Da müsste er nach Kleber fliegen. Das heißt, meine Aufgabe ist hier jetzt im Endeffekt schon mehr oder weniger erledigt, oder? Oder läuft das hier jetzt eigentlich? Müsste jetzt eigentlich wieder durchlaufen alles? Ja, es läuft wieder alles. Ja. Warte mal, das rutscht immer noch nicht durch. Äh, weil da immer noch zu viel Stahl ist? Oder liegt es hier doch an was anderem? Warte mal, das ist hier... Ne, ne, es liegt schon am Stahl hier. Warte mal, greift das mal runter. Greift mal den Stahl hier einfach mal runter. Schnapp dir den einfach mal. Dass das erstmal da frei wird. Genau, dass er erstmal hier weiter durchrutschen kann. Ja, es ist zu langsam hier immer noch. Und die hier kriegen gar keinen Stahl zum Verschrotten, merke ich gerade. Okay, warte, da müssen wir mal kurz irgendwie mal ein bisschen was ändern wieder. Meine Aufgabe hier ist noch nicht getan. Offensichtlich nicht. Offensichtlich ist sie nicht getan. Ich muss da doch noch ein bisschen mehr tun. Nimm mal einen von denen hier weg. Und nimm mal einen von denen hier noch mit dazu. Genau, und dann zieh das mal hier noch runter. Und dann nimm mal hier noch den einen. Wat? Achso, naja, ne. Dann nimm hier einen weg. Den brauchen wir da nicht unbedingt da oben. Dann lieber hier in den Spaß. Und dann macht den Arm... Wat? Achso, da ist... Da ist das Rohr im Weg. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Ähm, warte. Kriegen wir das vielleicht so hin, wenn wir das hier mal ein bisschen gerade machen. Und dann einfach so ein bisschen das eher so machen. Und dann macht den einfach ein Stück weiter vor. So. Dann machen wir das einfach mit einem langen Arm. Und dann geht das doch, oder? Yes. Guck mal, nice. Das ist der absolute Wahnsinn. Das sieht sehr gut aus. Jetzt müsste das schneller gehen nochmal mit dem Verschrotten von dem Stahl. Ja, wir müssen den Stahl loswerden. Der Stahl ist das, was gerade klemmt. Kommt einfach zu viel. Jetzt haben wir hier auch noch ein Problem beim Beton. Der wird auch... Wat? Wird der auch nicht ausreichen? Geschreddert? Kann doch ja nicht sein. Wir haben hier so viele Speedmodule für den... Für den geschredderten Beton. Das gibt es doch ja nicht. Okay, warte. Da müssen wir da auch nochmal... Ich muss noch mehr Schredder machen, glaube ich. Das ist einfach hier vorne und hinten nicht genug. Das kommt einfach zu viel Zeug. Und wenn jetzt jemand sagt, mach doch einen Export. Ja, das Problem ist, ein Export dauert einfach zu lange jetzt, den einzurichten. Das würden wir jetzt einfach nicht hinkriegen in der Zeit. Ja, das tut mir jetzt leid. Aber das müssen wir mal mit einem längerfristigen Horizont müssen wir das einfach mal in Angriff nehmen, dass wir da mal einen Export auf die Beine stellen. Jetzt geht es schneller, weil der Export... Das ist ja nicht getan mit dem Export. Der Export reicht ja nicht. Wir müssen es ja auch dann verarbeiten vor Ort, wenn es dann irgendwo hin exportiert wurde. Sonst haben wir ja nichts gewonnen im Endeffekt, ja. Warum kann ich denn hier keine Arme machen? Warte mal, ich muss mal ganz schnell mal hier mit mir Arme abgreifen. Wir haben doch hier Arme gemacht. Genau, guck mal, hier sind doch Arme. Gib mal Arme, sonst das Spiel wäre Arme dran ohne Arme. Genau, gib mal Arme her und mach mal hier... Wo war das jetzt? Hier. Mach mal hier das da rein, genau. Und mach mal hier einen Tunnel hin nochmal. So, und dann hau mal da noch mehr Zeug raus. Warte, und dann kannst du hier den Tunnel, den kannst du ein Stück nach hinten nehmen. Dann müsste es nämlich da auch gleich drauf sein. Genau, guck mal. Sehr nice. Dann geht das nämlich nochmal eine Spur schneller. Und hier müssen wir nochmal Module einsetzen. Aber wir haben ja noch Module, sehe ich gerade in der Hose. Setz mal Speedmodule ein hier, genau. Dass der mir hier den Beton nochmal ein bisschen schneller wegschreddert hier, damit der sich hier nicht vollläuft. Ich meine, hier darf es ja volllaufen, aber hier darf es halt nicht volllaufen hier hinten, genau. Sehr schön. Helfen mir hinten beim Stahl eigentlich auch Speedmodule? Warte mal, da können wir doch auch mal ein paar Speedmodule reinsetzen hier, damit das nochmal schneller geht. Kriegt er noch hinten schnell genug seinen Stahl? Ja, kriegt er noch, wie es aussieht. Gerade so noch schnell genug. Das ist doch mal ein Bild für die Götter hier. Guckt euch das an. Hier schreddert den mal auch schneller hier. Und am besten hier drüben auch nochmal Speedmodule einsetzen. Schön Speedmodule einsetzen. Da müssen wir da jetzt nicht noch mehr Schredder hinstellen. Weil es wird langsam eng hier. Guck mal, genau. Damit hier immer schön nachrutscht. Da läuft es nämlich schon wieder voll. Krieg ich eine Krise hier. Krieg ich eine Krise. Komm, wir machen überall Speedmodule jetzt da rein. Das wäre jetzt eher heiß. Strom ist hier, glaube ich, eh kein Problem. Hau rein, die Speedmodule. Hau sie rein. Immer rein damit. Und da hinten... Ja, brauchen wir da Speedmodule? Nee. Ja, oder doch. Hau mal lieber da auch noch welche rein. Ist okay. Guck mal, reinknallen hier. Nicht schlecht. So muss das sein. So ist das fein. Immer schön die Speedmodule rein. Ja, jetzt müsste es besser passen schon wieder. Oder? Ja, guck mal. Jetzt ist hier schon nicht mehr vollgelaufen. Ist schon mal gut. Wenn das hier schon mal nicht mehr vollgelaufen ist, dann passt das. Dann kann nämlich hier hinten dann... Bei den Leichtbauteilen kann das nämlich auch weiter durchrutschen. Und dann ist das auch... Aufgelöst jetzt. Dann haben wir jetzt das Problem hoffentlich auch wieder aufgelöst. Dauerhaft. Und Speedkapper. Ja, genau. Die leeren Fässer würde ich verschrotten. Bei Fulgora hast du eh zu viel Stahl. Ja, das Problem ist aber, das Material auf Fulgora ist nicht unendlich. Und irgendwann ist da Schrott halt auch aufgebraucht. Und im Endeffekt verschwenden wir damit dann Schrott auf Fulgora. Ja, gut. Da haben wir zwar mehr von, als von dem Eisen auf Nauvis. Aber das Problem ist halt... Also... Es ist halt die Frage. Was wird eigentlich zu Fässern? Oder beziehungsweise... Warte mal. Wenn wir Fässer schreddern, was kommt denn da raus? Weil ich könnte ja Schredder auch auf Nauvis aufbauen. Da spricht ja nichts dagegen. Warte mal. Was... Nimm mal hier die Fässer raus. Die Zehen. Ich will mal gucken, was da rauskommt. Kommt da was... Da kommt Stahl wieder raus. Okay. Ja, den könnte man natürlich auf Nauvis dann direkt ins System einfriemeln wieder, ne? Dann hätte man ihn nicht komplett verschwendet. Da würde man sich diesen Hustle sparen, die Fässer wieder zurück transportieren zu müssen. Auf der anderen Seite wäre es halt ein schöner Kreislauf. Weißt du, du fliegst halt 200 Fässer nach Nauvis und schickst 200 Fässer wieder hoch zur Station. Und fliegst die wieder zurück halt, ne? Du müsstest da halt mit Prioritätenlösung dann hier das Ganze befüllen lassen wieder. Aber gut. Ja, ist schon ein bisschen aufwendiger, ja? Also einfacher ist es natürlich, die Fässer vor Ort einfach zu schreddern. Das stimmt. So, ich glaube, wir können uns dann auch so langsam hier wieder zurückziehen. Da würde ich sagen, wir können ja mal auf Nauvis mit ein paar Wiederverwertern einfach mal einen kleinen Besuch abstatten. Und vielleicht dort auch gleich mal so ein paar Wiederverwerter installieren. Vielleicht auch schon mal das Erdgas dann ausladen. Das wäre doch mal eine gute Idee. Also das ausgeladene Erdgas dann auch verarbeiten. Weil das müsste ja dann im nächsten Schwung, müsste das ja dann eigentlich ankommen. Ich will doch vielleicht gleich nochmal ein paar mehr von den Verschrottern gleich noch auf den Weg bringen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Machen wir doch gleich nochmal so ein paar. Und lassen das mal durchrauschen. So, dann schiebt mal hier die Schredder rein. Das wäre sehr fein. Achso, das können wir hier nicht. Genau, das müssen wir bei der anderen machen hier. Die hat ja da die automatischen Aufträge. Wie viele Schredder kriegen wir unter? Zehn Stück oder was? Ja, das ist doch gut. Dann machen wir gleich noch einen, würde ich sagen. Dann haben wir einen Stack voll. Passt doch. Moment. Was fehlt jetzt wieder? Da fehlen Zahnräder. Ja, die kriegen wir ja ganz schnell hier im Moment. Machen wir das doch mal. Dann haben wir die Schredder gleich mit dabei. Und das ist doch genau das Richtige eigentlich. Das ist doch genau das, was wir brauchen hier. Da ist er fettig, der Schredder. Und dann würde ich sagen, schieb mal hier das da rein. Und dann da rein. Und dann da rein. Und dann steigen wir mal. Halt die... Ich habe eine Pistolenkugel hier noch dabei. Was soll denn das? Ja, das können wir gleich mal auch reinschieben hier. So, dann starte mal. Halt, erstmal müssen wir die Fracht liefern. Das Lustige ist, ich habe festgestellt, wenn man Fracht in der Rakete drin hat und selber hochfliegt, dann wird die Fracht zurückgelassen. Also man kann nicht gleichzeitig mit der Fracht zusammen hochfliegen. Ist auch irgendwo logisch, weil ich bin halt so schwer wie 10 Schredder und da ist natürlich dann für mich kein Platz mehr, wenn da schon Schredder drin sind. Also ich bin halt so gewichtig. Meine Masse ist so groß, dass die Rakete dann nicht mehr abheben kann. Dann zünden zwar die Triebwerke, aber die Rakete bleibt quasi auf dem Boden stehen und alle wundern sich. Oh, was ist da denn los? Haben wir etwa die Klammern nicht gelöst? Die Klammern sind schon gelöst. Der ist einfach zu schwer. Genau. So, dann reise ich jetzt zur Plattform hoch. Genau. Zur Falcon-Plattform. Dann fliegen wir mal zum Nowis zurück und gucken mal. Unten ist er. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, auf, auf zum Nowis. Gar nicht lange warten hier. Gar nicht lange rumtingeln. Und dann fliegen wir da mal die Dinger hin. Ich bin gespannt. Wie sieht es denn aus mit Transporter 1 jetzt eigentlich? Oh, der hängt gerade fest. Der kommt gerade nicht zum Vulkanus. Naja, der kriegt halt hier nicht genug von dem Oxidizer. Das ist schlecht. Aber ich verstehe nicht warum. Wieso kriegt der nicht genug Oxidizer? Weil ihm Eisenerz fehlt. Warte mal. Da müssen wir hier vorne mal, glaube ich, einen von den Filtern rausnehmen. Äh, hier sind ja Filter drin, dass die hier kein Eisenerz einsammeln sollen. Ich glaube, das ist gerade kontraproduktiv tatsächlich. Ja, ich glaube, der kriegt hier nicht genug Eisenerz von den Asteroiden, die halt hier rumdriften. Warum schnappt er sich den hier jetzt nicht? Weil er schon außerhalb der Reichweite ist. Hier, du kannst immer auch noch Eisenerz schnappen dir. Jetzt hat, genau, jetzt machen sie nämlich wieder mit hier. Sonst kommt nämlich kein Eisen und wenn kein Eisen kommt, kommt kein Oxidizer. Wenn kein Oxidizer kommt, ja, kann das Ding halt nicht weiterfliegen, ne? Das ist halt ein bisschen das Problem. Müssen wir mal hier, äh, Einstellungen machen. Mach das mal hier auch noch raus. Mach das mal überall raus, die Filter. Es kam nämlich ursprünglich zu viel Eisen. Also wenn er rumfliegt, kommt immer zu viel. Wenn die Plattform rumfliegt, kommt immer zu viel. Wenn sie nicht rumfliegt, also stehen bleibt, da kommen immer zu wenig. Das ist halt das Problem. Aber gut, muss man halt ein bisschen schauen. Wie gesagt, wir haben ja nochmal eine neue Verarbeitungsmöglichkeit gekriegt. Das muss man dann halt natürlich mit einplanen ins Design der Plattform, dass man nochmal weitere Ressourcen bekommt. Das ist halt immer nicht so einfach. So, wir sind jetzt gleich auf Nauvis angekommen. Aber der Transporter 2 müsste jetzt nach Kleber eigentlich unterwegs sein. Der müsste jetzt packen. Ja, der ist unterwegs und der kommt auch... Ne, der ist schon wieder zu Nauvis unterwegs. Da müsste die Forschung jetzt weitergehen. Ja, die geht weiter. Guckt mal, sehr schön. Fünf Minuten noch, dann haben wir die Raketentürme. Hervorragend. Also das mit der interstellaren Logistik, interplanetaren Logistik, ist schon ganz schön... ein ganz schöner Hustle. Aber wenn man es dann mal hat, dann hat man es. Genau. So, wir sind da. Das heißt, auf Planeten landen. Nauvis. Und dann lasse ich mir auch gleich noch hier die Dinger runterschieben. Ja. Da hat er mir die Interface einfach zugemacht. Sauerei. Muss ich gleich nochmal gucken. Muss ich gleich nochmal aufmachen. So, da sind wir gelandet. Und jetzt müssen wir mal schnell nochmal... Warte, wo ist er? Die Falcon-Plattform. Gib mir mal hier das. Genau, schieb das mal runter. Das müsste der jetzt starten. Mit Shift und Klicken kann man das übrigens einfach so runterschießen. Da muss man nicht eine Aufgabe erstellen oder eine Anfrage hier reinmachen. Dann kann er das auch einfach einmal schicken und dann ist gut. Genau. Weil dann mit den Anfragen passieren dann manchmal auch komische Sachen. Wenn dann eine andere Plattform ankommt, die zufällig das gleiche hat, aber eigentlich nichts entladen soll, dann entlädt die dann nämlich trotzdem und solche Sachen. Genau. Nehmen wir das mal mit. Und wir können auch eigentlich gleich mal das auch noch mitnehmen. Wer weiß, vielleicht brauchen wir das ja noch. So, dann lauf mal rüber. Jetzt müssen wir erstmal mein Zeug wieder abholen. Das ist ganz wichtig. Wir hatten auf Nauvis ein paar kleinere Stromprobleme gehabt tatsächlich. Ich musste tatsächlich wieder weitere Solarpaneele aufbauen und weitere Akkus auch, damit wir den Strombedarf hier abdecken. Das war schon ganz schön prekär. Und ich habe tatsächlich hier auf Nauvis mal offscreen auch noch eine andere Sache gemacht. Ganz kurz gezeigt. Ich habe eine weitere Eisenquelle erschlossen mit dem Zug. Habe ich eine neue Strecke gebaut. Mal ganz kurz hier unten mal zeigen. Hier genau. Neuer Eisenzug. Weil hier wurde es auch schon langsam dünn. Ja. Hier sind wir nur noch bei 1,1 Millionen. Wir waren da mal bei 2,8 oder 3 Millionen oder so. Oh ja, jetzt sind wir nur noch bei 1,1. Also da läuft der Countdown schon. Und da habe ich jetzt mal hier hinten die Quelle erschlossen. Ich dachte mir, das ist eine schlaue Sache. 8,5 Millionen sollten in eine Weile reichen. Ja, da sollte man ein paar Sessions von zehren können. Weil sonst wäre hier nämlich der Ofen ausgewiesen, was Eisen angeht. Da war es schon ziemlich ausgedünnt an einigen Stellen. Und hier hatte ich noch ein blaues Band draus gemacht. Weil da kam nämlich auch zu wenig tatsächlich. Das war alles ein bisschen schon wieder am Wegbrechen sozusagen. Habe ich mir mal die Freiheit genommen. Ne, warte, das brauchen wir ja nicht. Das können wir drin lassen hier, den ganzen Spons. Genau. Habe ich mir mal die Freiheit genommen, das einfach mal zu machen. Genau. Habe mir mal hier alles, was hier dazugehört. Die Muni brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Hoffe ich. Arme haben wir. Förderbänder haben wir. Verteile haben wir. Wie müssen wir denn das jetzt eigentlich machen mit dem Entladen? Wie läuft das jetzt eigentlich im wahrsten Sinne? Wie läuft das? Also ich glaube, wir müssen jetzt... Diese Lieferplattform, die ist ja mit drin im Netz schon. Die hängt ja da mit drin. So, wir müssen jetzt, glaube ich, eine Verarbeitungsanlage bauen. Wo dann ein Entleerungsrezept drin ist. Und da kommt dann parallel... Kommt dann da, glaube ich, der Stahl raus. Und den Stahl können wir dann in eine passive Anbieterkiste reinmachen. So, warte mal. Wo ist denn unser Gas? Unser Gas wird produziert. Hier an der Stelle. Okay. Da wäre es doch mal nur schlau, wenn wir das vielleicht hier mit dazu bauen einfach. Oder vielleicht hier hin. Wir brauchen ja nur das hier hin machen. So, warte. Und dann dieses Rezept auswählen. Entleere Flüssiggas aus Fass. Genau. Das müsste ja das sein. Jetzt müssten wir ja da ja einen Ausgang haben auf der Anlage. Genau. Wenn wir das jetzt da hindrehen und ein Rohr dazwischen machen, ist das ja im Endeffekt schon angeschlossen. Und wir sehen, wir haben da momentan einen leichten Gasmangel. 24.000 Tammer von 25.000. Also da wäre sogar Platz im System. Davon mal abgesehen. Und wir müssen ja hier wahrscheinlich langfristig eh das Erdöl ersetzen durch externe Quellen. So, jetzt brauchen wir aber natürlich erstmal die Anfragekiste. Genau. Für die Fässer. So, und da müssen wir sagen, liefern wir mal das Flüssiggas. Mach mal ruhig so 40 Stacks da gleich rein. Genau. Achso, nee, Moment. Ja, den doch. Jaja, 40 Einheiten kannst du anliefern lassen. Ähm, und dann mach mal da einen schnellen Arm. So, und dann müssen wir die leeren Fässer, die müssen ja dann wieder raus. Die bleiben ja dann übrig, genau. Die müssen in eine passive Anbieterkiste rein. Und die können wir hier mal schnell machen. Genau. Eine passive Anbieterkiste. So, und da filtern wir hier jetzt einfach mal. Ich weiß, das ist, glaube ich, unnötig zu filtern. Ich mach's mal lieber trotzdem. Einmal leere Fässer, genau. Und die werden dann hier angeboten. So, und jetzt müssen wir irgendwo, wo wir Platz haben. Eigentlich da, wo wir Stahl produzieren. Beziehungsweise, wo wir Stahl permanent verbrauchen eigentlich. Wo aber vielleicht nicht unbedingt genug ankommt. Machen wir uns jetzt einfach dann die Schredder hin. Und lassen das da einfach dann rein liefern, die Fässer. Und lassen die einfach schreddern dann jetzt. Warte, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben ja hier unten, haben wir ja eine Verarbeitungsline. Genau, hier zum Beispiel. Hier wäre das doch genau richtig. Hier ist immer, das Band ist immer leer irgendwie. Das wird immer irgendwie verbraucht, der Stahl, der hier reinkommt. Das heißt, wenn wir hier jetzt Schredder aufbauen. Tralala. Dann können wir doch diese Fässer, diese leeren. Die können wir doch da jetzt einfach dann hinliefern. Lassen wir mal die paar Schredder, genau. Und sagen, warte, mach das mal so. Ne, warte, halt mit dem Abstand noch. Das war jetzt zu nah dran tatsächlich. Das war, ah, die Raketen sind erforscht. Die Raketenturme. Ja, da bin ich mal gespannt. Die können wir ja dann auch mal ausprobieren, nicht wahr? So, jetzt müssen wir ja erst mal Arme setzen. Genau, Arme, Arme, Arme. Arme, 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 meine lieben Freunde. So, und dann brauchen wir Dünnel. Und das müssen wir ja eigentlich einfach nur so machen. Mehr sind ja ja nicht. Also ja, und dann natürlich die Anfragekiste noch, damit der Stahl, also die Fässer, die leeren Fässer, damit die da auch ankommen, nicht wahr? Äh, nochmal einen Elon-Mast brauchen wir hier nochmal. Und dann fragen wir die leeren Fässer an. Und dann macht man am besten auch gleich so viele Stacks wie möglich, damit da auch ordentlich was reinkommt. Genau, das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Äh, also hier kommt dann, wie gesagt, der Stahl raus, der aus den Fässern recycelt wird. So viel kommt er da eigentlich nicht raus. Wahrscheinlich sind die drei Anlagen eh schon zu viel, ja. Ja, egal. Auf jeden Fall läuft das, würde ich sagen. Zur Not, wenn das jetzt nicht klappen sollte hier, also wenn das hier zu nah dran ist, dann müssen wir es vielleicht einfach ein bisschen weiter runternehmen. Weil ich glaube, hier wird auch noch zwischendurch ein bisschen Stahl auch abgefragt. Da müsste man es dann hier mit reinfremeln vielleicht. Also weiter vorne halt in der Kette. Damit das halt auch safe abgeführt wird. Aber so müsste es erstmal gehen. Bei den wenigen Mengen, die da jetzt wahrscheinlich kommen, wird das, glaube ich, eh nicht so gravierend sein. Also dann schauen wir doch mal, wo ist er denn, der Transporter 1? Der hängt ja jetzt da noch Lost in Space. Der umkreist Nauvis und hat keinen Oxidizer. Okay, warte, dann muss ich dem bei Nauvis doch mal sagen, er soll mal ein bisschen länger warten. Bei Nauvis schafft das anscheinend nicht. Also dann müssen wir sagen, warte mal 480 doch noch. Damit er da Zeit hat, seinen Oxidizer zu regenerieren. Der ist wieder zurückgedriftet. Warte, wir machen ihn mal komplett aus. Wenn er jetzt wieder zu schnell startet, weil er jetzt wieder Oxidizer kriegt, dann fliegt er wieder 5 Meter. Dann ist der Oxidizer wieder leer und dann driftet er wieder zurück und dann kommt er da nicht weg. Das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis. Dann mach mal die Prio-Lösung raus, damit der hier auch immer was bekommt. Genau. Das ist, glaube ich, auch hier das Problem gewesen, dass das immer primär hier zu den Plattenproduzenten gelaufen ist und nicht hier zum... Ah, warte mal. Den einen hatte ich schon umgebaut. Da war nämlich das gleiche Problem. Genau. Das ist dasselbe Design gewesen. Hier, der hier. Den hatte ich aber schon umgebaut. Da habe ich nämlich das Eisen teilweise wieder zurückgeführt, damit da das Problem nicht auftritt. Und ihr seht, da ist nämlich auch der Oxidizer ausgeglichen. Wir müssen das genauso umbauen wie hier. Und dann einen Steckarm. Wir müssen das jetzt mal machen. Wir müssen das mal optimieren jetzt. Ein Ding Abstand und dann den Steckarm darüber. Genau. Also wir haben da einen Teiler gesetzt mit einer Priorität rechts und einem Filter auf den Stahl... Stahl... Wie heißt das? Äh... Genau. Den hatten wir, glaube ich, dann auch weggemacht. Also, warte. Bevorzugter... Ne, kein bevorzugter Ausgang, sondern Filter. Teiler erst mal Filter auf rechts war es, glaube ich. Genau. So, dass das andere Zeug erst mal da lang weitergeht. Genau. So. Und jetzt wird das Eisen nur hierhin ausgegeben. Und jetzt muss ich schauen. Da hatte ich das dann so gemacht. Und hier war dann ein Tunnel. Genau. Das hier kann man begradigen tatsächlich. So. Und hier war dann ein Tunnel. Und ich meine, hier hatte ich die Anlagen noch ein bisschen weiter nach links geschoben. Dann haben wir das. Und jetzt müssen wir... Ich glaube, den hier hatte ich versetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann habe ich hier Tunnel gesetzt. So. Jetzt hoffe ich, ich habe genug Tunnel. Da habe ich den hier abgeschnitten. Habe hier da drunter gemacht. Und dann war das so. Genau. Und dann hat er hier eine Kurve gemacht quasi. Dann kommt das nämlich immer hier zurück. Dann wird das nämlich nicht sinnlos daraus. Also ja, es wird schon noch was rausgeworfen. Aber nicht mehr ganz so viel. Ein bisschen was kommt dann wieder zurück. Wenn da halt richtig viel Eisen kommt, dann kommt da ein bisschen was zurück auch wieder. So. Und jetzt müsste der das eigentlich hinbekommen, wenn jetzt viel Eisen kommt. Wie hatte ich denn da eigentlich die Prio gesetzt da? Die habe ich gar nicht gesetzt hier bei dem Ding. Genau. Das ist genau so, wie es sein soll. So. Jetzt müssen wir halt warten, bis der hier seinen Oxidizer regeneriert hat. So, dass er wenigstens erstmal den Flug nach Vulkanus schafft. Und ich glaube, wenn er dann zu Vulkanus fliegt, müsste er dann auf jeden Fall wieder genug Eisen bekommen. Wenn er dann erstmal losgeflogen ist. Ich meine, wir können es ja mal probieren. Warte mal. Wir können ja mal kurz starten einfach. Ja, jetzt kommt Eisen. Jetzt kommt Eisen. Da ist ein Eisenasteroid. Sehr gut. Perfekt. Perfekt. Und das muss er sich jetzt alles mal reingrabben hier. Genau. Ja, solange der jetzt immer Eisen bekommt hier und immer Oxidizer produziert, müsste er eigentlich durchfliegen jetzt. So müsste es jetzt eigentlich passen. Und wenn hier ein Überschuss entsteht, wird ja da das dann runtergehebelt wieder. Ja, hier ist schon gleich vollgelaufen. Wenn dann da vollgelaufen ist, geht ja dann das ganze Eisen, geht ja dann nur noch hier rüber, über diese Seite hier. Über diesen unteren Weg. Dann kommt ja hier gar nichts mehr rein dann. Und das wird ja dann hier prioritär draufgeleitet. Er fällt auf jeden Fall schon mal nicht an und er verlangsamt nicht. Und er hat schon die Hälfte des Weges zum Vulkanus geschafft. Das ist schon mal sehr erfreulich. Wenn du den Füllstand des Oxidizers als Bedingung fürs Losfliegen mit festlegst. Da müsste ich den aber auslesen. Glaube ich. Weil sonst könnte ich das glaube ich nicht. Man kann hier glaube ich keine Wartebedingungen für den Treibstoff direkt festlegen. Das geht glaube ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber was steht denn da alles? Schaltungsbedingungen, Zeit vergangen, Frachtgegenstände. Ja, Gegenstände ist halt keine Füllmenge. Ja, also man muss da glaube ich einen Ausleser machen und dann einen Parameter einstellen. Musst mal auslesen. Ja genau, das ist mir jetzt zu aufwendig. Wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass immer genug Eisenerz kommt. Dann reicht das schon. Dann müssen wir nichts auslesen und keine Wartebedingungen machen und sonst was. Das passt schon. Genau. Ja, jetzt muss ich ja um Wartebedingungen auslesen. Muss ich ja auch erstmal wieder so einen Schaltkreis hochschießen glaube ich. So ein Auslesegerät. Das muss ich dann da wieder installieren, verkabeln. Dann muss ich das definieren. Das ist, ach keine Ahnung. Das ist mir dann jetzt wieder zu umständlich auch. Muss ich aber erstmal probieren, wie ich das überhaupt mache. Keine Ahnung. Also wie ich dann genau dann das einstelle, weiß ich jetzt nicht. Brauchst du nur, oder Kabel brauche ich halt. Ja, muss ich auch erstmal hochschießen. Muss ich alle erstmal da hochschießen. Habe ich alles da nicht. Ist jetzt egal, es läuft jetzt. Wichtig ist erstmal nur, dass es permanent nachproduziert wird, wenn es schon nicht eingespeichert wird. Das ist eigentlich die Hauptsache. Es muss halt permanent nachproduziert werden einfach. Dass die Triebwerke nicht völlig still stehen. Guck mal, jetzt hat er schon, jetzt umkreist er schon den Vulkanus. Jetzt läuft hier schon die Zeit ab. Die Forschung wird eingelagert, meine ich. Die ist jetzt schon in Auftrag gegeben. Ich habe gestern auch mit Space Age angefangen. Bärchen ist schuld. Ja, da bin ich doch gerne schuld dran. Wenn ich die Sucht weitergeben kann. Müsste ich eigentlich einen Disclaimer einblenden immer. Achtung. Das Konsumieren dieser Videos und Livestreams kann süchtig machen. Guck mal, da steigt jetzt der Oxidizeranteil im Lager. Das ist doch gut. Das ist doch ganz ausgezeichnet und hervorragend. Ja, das war immer hier das Problem. Genau, da war dann irgendwann zu viel Eisen drauf. Und das hat dann dafür gesorgt, dass die anderen Sachen nicht mehr nachkamen. Ja, und das ist nämlich das Problem. Deswegen müssen wir hier jetzt doch wieder mit Filtern arbeiten tatsächlich. Zumindest bei den vorderen. Das ist leider so ein bisschen der Haken. Weil ohne Eis können wir natürlich dann wieder keinen Treibstoff herstellen. Beziehungsweise ohne Kohlenstoff oder Eis gibt es dann kein Wasser mehr. Genau, dann läuft das Wasser leer. Und dann kommt nichts mehr dergleichen. Aber das ist ganz gut, dass wir diesen Timer eingestellt haben. Dann hat er Zeit hier noch ein bisschen das auszutarieren auf jeden Fall. Nicht, dass uns hier das Wasser leer läuft. Gott sei Dank habe ich beim Wasser in weiser Voraussicht auch schon einen Pufferbehälter eingebaut. Damit das erst gar nicht zum Problem wird tatsächlich. So, wie sieht es denn auf Kleber aus? Läuft die Forschung da jetzt wieder? Die müsste jetzt eigentlich... Ja, die läuft, die läuft. Das sieht gut aus. Blaue Forschung ist aber schon wieder ganz schön leer gelaufen. Das gefällt mir nicht so. Warum ist da so wenig am Start? Das müssen wir mal aufhören. Aber die müsste eigentlich auf Nowviz produziert werden. Das stimmt irgendwas nicht mit der blauen Forschung. Die wird zu langsam produziert auf Nowviz. Da müssen wir mal gucken. Ich bin ja gerade auf Nowviz. Stimmt, da kann ich auch gleich mal nachgucken. Das ist doch mal eine sehr gute Idee, Herr Spielbeer. Das können sie mal machen. Mal schnell mal schauen, wie es da aussieht. Mal gucken, ob da irgendwas klemmt oder so. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Strom aus? Es ist zur Hälfte schon wieder runtergeleert. Das ist schon gar nicht so ohne. Hier kommt rote Forschung. Rote Forschung... Ja, ist voll. Also, vorhanden ist sie. Wie sieht es mit blauer Forschung aus? Blaue Forschung? Das sieht nicht so gut aus. Also, ja, da ist weniger am Start definitiv. Aber warum ist das so? Was fehlt da? Es fehlen... Es fehlen... Es fehlen Motoren. Die Motoren sind hier. Da müssen wir wohl mal gelbe Anlagen draus machen. Habe ich zufällig gelbe Anlagen dabei? Ne, habe ich nicht. Kann ich zufällig welche machen? Nein, kann ich nicht. Warum kann ich keine machen? Weil ich Eisenplatten brauche anscheinend. Oder Zahnräder mal wieder. Müssen wir mal ganz kurz mal hier... Mopsen. Mopsen, mopsen, mopsen. Ne, es fehlen Tempomodule. Es fehlen... Ah, rote Schallkreise. Warte, die sind doch hier gleich. Nimm die mal hier runter direkt. Und mach mal... Mach mal ruhig ein paar gelbe Anlagen. Dann ersetzen wir mal hier die Motorenproduktion. Ich glaube, das ist eine schlaue Idee. Das wir das mal machen. Ein Auge auf Flaschen werfen. Genau. Müssen wir mal machen. Ist wichtig. So, dann mach mal hier. Setz mal. Setz mal hier den Spaß hin. Genau. Man kann dann nämlich schon mal ein bisschen schneller gehen. Nicht, dass uns hier die blaue Forschung leer läuft. Das muss ja nicht sein. Das muss ja echt nicht sein. Wie sieht's mit Solarpa... Oh, da sind wieder welche... Da könnte ich mal wieder welche setzen eigentlich. Das wäre mal wieder an der Zeit so langsam. Müssen wir mal wieder machen. Okay, wie sieht's aus auf dem Transporter 2001? Transporter 2001 ist auf Nowis angekommen. Das ist schon mal sehr gut. Und der müsste jetzt die Vulkanus-Forschung schon abgeworfen haben. Jetzt läuft wieder der Timer. Und jetzt müssen wir halt wieder schauen, dass der halt seinen Oxidizer wieder herstellen kann. Dem fehlt jetzt wieder nur die Fulgura-Forschung. Und da muss er jetzt wieder warten auf den anderen Transporter. Okay. Ja, noch so richtig eingetaktet ist das noch nicht. Ihr merkt das schon. Ja, da muss man erst mal ein bisschen zusehen. Äh, dass das funktioniert halt, ne? Ich überlege auch schon, ob ich vielleicht noch einen dritten Transporter mache für Fulgura. Dass da nicht einer immer zwischen Fulgura und Nowis und Vulkan ist und Nowis in der Erde pendeln muss. Sondern, dass halt zwei immer zwischen den jeweiligen Strecken pendeln, die separat voneinander sind. Das könnte die Sache nochmal ein bisschen stabiler machen. Dass man nicht auf einem... Wenn jetzt hier bei einem was nicht stimmt, dann hängt das alles an dem einen jetzt. Und an der Stelle ist diese Folge Faktorio auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder kauft auch gerne Spiele mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE im Epic-Launcher. Das wird für euch dann nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das würde mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Und die Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Faktorio, sondern auch zu anderen coolen Spielen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao!